Ahoi und willkommen zurück zum zehnten Kapitel von Practical Female Psychology. Heute mit dem sehr spannenden Kapitel weibliches Selbstwertgefühl. Jeden Tag ein Krieg gegen den Spiegel. Ich ertrage die Person nicht, die mich anschaut. Ich bin eine Gefahr für mich selbst. Lass mich nicht erwischen. Ich bin mein eigener schlimmster Feind. Hazard to Myself von Pink. Das Zitat zum Kapitel. Das weibliche Selbstwertgefühl ist ein Thema, das von den meisten Männern nur schlecht verstanden wird. Um diesen Teil unseres Buches richtig zu verstehen, ist es wichtig, sich mit einem Konzept vertraut zu machen, das als Grundvertrauen bekannt ist oder Urvertrauen. Dieses Konzept wurde zuerst von Milton H. Erickson beschrieben und bedeutet, dass jeder Mensch mehr oder weniger ein Grundvertrauen hat, einschließlich der Fähigkeit, sich sowohl auf sich selbst als auch auf andere zu verlassen. Lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam, denn dieses Konzept wird einen enormen Einfluss haben auf die Qualität und das Ergebnis ihrer Beziehungen zu Frauen. Es ist wichtig, sehr früh den Grad des Grundvertrauens jeder Frau zu erkennen, die sie treffen, damit sie entscheiden können, welche Richtung sie mit ihr einschlagen sollen. In diesem Buch unterteilen wir die Frauen in zwei Gruppen in Bezug auf ihr Selbstwertgefühl. HSE, Frauen mit hohem Selbstwertgefühl und LSE, Frauen mit geringem Selbstwertgefühl. Wenn man in der Lage ist, die eigenen Vorstellungen einer Frau von ihrem Selbstwertgefühl zu erkennen, gibt ihnen das wichtige Informationen darüber, wie sie sich selbst fühlt und wie sie die Welt um sich herum sieht. Als Faustregel gilt, dass die HSE-Frau ein hohes Maß an Grundvertrauen hat. Sie hat eine grundlegende innere Gewissheit, dass sie gut ist, würdig ist und als Frau geeignet ist und sie hat ein gesundes Vertrauen in ihre Fähigkeiten, sich wohl auf sich selbst als auch auf andere Menschen verlassen zu können. Andererseits hat die LSE-Frau ein geringes Maß an Grundvertrauen. Sie sieht sich vielleicht als wertlos, schlecht und oder nicht nützlich für sich selbst oder andere. Leider glauben viele LSE-Frauen, dass sie es verdienen, von Männern misshandelt zu werden und können Männer sogar bewusst oder unbewusst dazu bringen, sie zu misshandeln, was nur dazu dient, ihr Selbstbild zu verstärken. Es ist wichtig zu beachten, dass unsere Unterscheidung zwischen HSE und LSE das Verhalten der Enden entlang eines Spektrums beschreibt. Die meisten Frauen weisen sowohl HSE als auch LSE-Merkmale auf und können beide zeigen, je nachdem in welchem Interaktionskontext sie sich befinden. Da war noch eine Anmerkung am Rand der Seite geschrieben, behandeln sie eine Frau kongruent mit ihrem Selbstbild. Und das ist sehr wichtig. Das kommt noch, ja, sagte ich häufiger schon, ja, wenn ihr unbewusstes, teilweise auch unbewusstes Bild von sich selbst ein negatives ist und du behandelst sie positiv, sabotiert sie dich. Das kann man nicht oft genug sagen. Ja, auch dieser Wechsel zwischen HSE und LSE ist sehr spannend. Dass es ein Spektrum ist, ist sehr spannend. Ja, eine Frau, die gerade einen Knick hat im Selbstbewusstsein, zeigt vielleicht auch diese Merkmale, hat vielleicht keine schlechte Kindheit gehabt oder eine Frau, die eine schlechte Kindheit gehabt hat und per se LSE ist, hat gerade einen guten Abend erwischt und ist gerade relativ gut drauf und hat einen hohen Selbstwert. Das schwankt ja auch immer. Deswegen ist das sehr wichtig, das als Spektrum zu sehen. Was das Urvertrauen angeht, stimme ich auf jeden Fall zu. Und wenn es jetzt speziell um das Thema Borderline geht, was ja nochmal eine Fortsetzung finden wird bei mir, denke ich, wichtig ist, wenn dann sozusagen ein starkes Splitting stattfindet mit einem Wechsel, sagte ich mal, dann zeigt sie dir zuerst die HSE-Seite. Ja, die hochwertige Frau ist dann auf einmal LSE und landet mit dir im Bett und danach ist sie wieder HSE und splittert in alle möglichen Richtungen. Ja, also gut, aber das ist ja ein Spektrumsonderfall. Nun gut, das Grundvertrauen. Dieses Merkmal ist in gewissem Maße deterministisch. Die moderne akademische Psychologie hat zumindest in den Medien das Potenzial psychotherapeutischer Techniken zur Verbesserung des Selbstwertgefühls eines Menschen entwickelt. In Wirklichkeit ist es so, dass wenn man bei einer Frau LSE feststellt, kann sie dieses Merkmal für eine lange, lange Zeit, in vielen Fällen sogar für immer tragen. Es ist wichtig, mit seiner Zeit und Energie klug umzugehen. Manche Leute mögen sie als gefühllos abstempeln, weil sie sich weigern, eine Beziehung mit LSE-Frauen einzugehen. Es gehört zur Weisheit zu erkennen, dass viele unangenehme Aspekte solcher Beziehungen von Dauer sein werden, auch wenn sie sich nach Kräften bemühen, einer solchen Frau zu helfen oder ihr Verständnis und Mitgefühl entgegenbringen. Anmerkung darunter, seien sie nicht Captain Saverhoe oder Admiral. Ja, das ist ein weiser Satz. Die moderne Psychologie ist weit. Ja, hier müsste man jetzt wirklich mal die Fälle jetzt aufsplittern. Ich bemühe mich hier auf meinem Kanal, die Störungsbilder auch ein bisschen zu differenzieren. Zum Beispiel den Cluster B, der wahrscheinlich am auffälligsten ist und am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Ja, zur Dissoziation kommen wir gleich. Narzissmus ist sozusagen sowieso nicht kurierbar oder sehr, sehr schwer. Nur Borderline geht und Psychopathie geht sozusagen im Alter von 40, 45 teilweise von selbst weg, muss man fairerweise dazu sagen. Wichtig ist immer die Bereitschaft der Leute, sich zu verändern. Und da zweifle ich halt immer an, dass Frauen wirklich geholfen werden will. Sie signalisieren teilweise im Fall von BPD halt immer auch, rette mich, rette mich, wenn man den Retter in sich hat. Ja, fällt man halt schnell drauf rein. Aber die wirkliche Bereitschaft der Frau, was zu verändern und nicht nur zu emoten, ihre Gefühle praktisch zu validieren oder gar im Fall von BPD auf alles zu übertragen und dich mit kaputt zu machen, dich zu regulieren und dich eigentlich zu zerstören, das ist dann immer fraglich. Also ich habe die Erfahrung bei Frauen gemacht. Heute so, morgen so, ja, wenn sie eh schon dissoziiert sind und eh schon lange, schon älter sind, sage ich mal, jenseits der 30, kann gut sein, na gut, kann auch gut sein, vielleicht kommen sie zu einer gewissen Reife und wollen was verändern. In den meisten Fällen nicht, weil damit immer Scham und Schuld verbunden ist. Also ja, Scham, alte Muster aufzubrechen, eine sehr, sehr harte Arbeit, muss ich sagen. Kostet sehr, sehr viel Kraft. Ich habe es so oft gemacht. Ja, man sollte es nicht tun. Ich stimme dem absolut zu. Dafür ist deine Lebenszeit zu schade. Die frühe Rahmenbekanntgabe, das Early Frame Announcement. Das Erkennen des Selbstwertgefühls einer Frau ist eng mit einem Konzept verbunden, das wir als Early Frame Announcement, EFA, bezeichnet haben. In der Regel wird eine Frau zu Beginn einer Beziehung etwas sagen oder tun, mit dem sie unbewusst den Grad ihres Selbstwertgefühls und ihre Erwartungen an ihre Beziehung mit Männern ausdrückt. Deshalb ist es wichtig, dass sie sehr genau darauf achten, was eine Frau am Anfang einer Beziehung tut und sagt. Vergessen Sie nie, dass das Erkennen ihres Selbstwertgefühls für sie entscheidend ist, um zu wissen, was sie tun und was sie lassen sollten. Sie wissen, wohin sie sich im Umgang mit ihr wenden müssen. Es ist auch sehr wichtig, das Konzept Frame gut zu verstehen, wenn man mit Frauen zu tun hat oder mit jeder anderen Art von menschlicher Beziehung. Ein Rahmen ist ein psychologisches Umfeld, das Interaktionen und Kontexte definiert. Ein Beispiel. Ärzte sind gute Menschen, die anderen helfen, ist ein Frame. Ärzte sind sadistische Menschen, die gerne Blut sehen, ist ein anderer Frame. Vielleicht sind Ärzte sowohl gut als auch sadistisch oder vielleicht sind sie weder noch. Die Frames, die verwendet werden, wenn man über ein solches Thema spricht, sind nicht mit der absoluten Wahrheit zu verwechseln. Sie zeigen nur Details über die subjektiven Erfahrungen einer Person. Deshalb ist ein Frame sehr oft mit der subjektiven Erfahrungen einer Person verbunden. Auch das Grundvertrauen ist ein Frame, der sehr subjektiv ist. Menschen mit hohem Selbstwertgefühl könnten sich mit der Vorstellung beschäftigen, dass ein Terrorist morgen oder übermorgen eine Atombaume auf eine Stadt abwerfen könnte. Ob dies jedoch in der Realität geschieht oder nicht, ist eine andere Sache. Ja, Frame, hier auch in dem Buch schon erwähnt, auch kein neues Konzept. Deutungsrahmen ist immer ganz wichtig. Sie muss ja sozusagen deinen Deutungsrahmen annehmen. Das heißt, Ironclad Frame sagt man nicht umsonst. Wenn du sozusagen unangreifbar bist und dein Ding nach draußen projizierst, jetzt mal gesund, egoistisch, nicht narzisstisch vielleicht, auch wenn die das am besten können, ist das eine wichtige Sache. Auch Reframing halt. So Situationen, das machen ja Frauen auch gerne. Sachen reframen irgendwie ihre Deutungshoheit. Praktisch die überstülpen ihren Frame und das darf man sozusagen nie zulassen. Zum Detail des Early Frame Announcers kommen wir gleich, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bereich. Das hatte ich an anderer Stelle schon mal erzählt. Ja, wenn sie sozusagen über die Echsen erzählt, wenn sie über das Verhältnis zum Vater, würde ich hier auf jeden Fall ganz fett noch mit reinschreiben. Sagte ich auch, wenn jetzt fällt es zu ihrem Vater, würde sie an dir reproduzieren. Wenn sie sozusagen ihren Vater hasst, würde sie dich auch hassen. Wenigstens unbewusst. Ist relativ klar. Ja, wenn sie sagt, alle meine Freunde waren so und so oder wenn sie sagt, ich habe alle meine Typen verlassen, dann weißt du ja, wer als nächstes verlassen wird. Ja, also meistens sagen sie, mein Ex war Narzisst. Das ist ja heute das neue Modewort, um die Opfertugendhaftigkeit zu signalisieren, was in 99 Prozent der Fällen wahrscheinlich pathologisch auf jeden Fall nicht gestimmt hat. Außerdem fanden sie den anziehend, hatte ich ja mal die Story, dann vier Jahre da geblieben oder gar noch mehr Jahre da geblieben und dann, ja, und dann hinterher zu dir kommen und weinen und Tugendhaftigkeit signalisieren, oh, der war so böse, der hat mich, ja, misshandelt. Ja, damit drückt sie genau aus. Das möchte ich von dir auch. Ja, das verstehen die meisten Männer nicht, die dann zu sehr Captain Sabo sind, sag ich mal, und den Retter in sich haben. Beziehung zur Sexualität. Wenn sie richtig gelesen wird, bestimmt der EFA der Frau den Verlauf ihres Verhaltens in ihrem gemeinsamen Beziehung mit mathematischer Präzision. Eine der wichtigsten Eigenschaften einer LSE-Frau ist ihre Unfähigkeit, gute Dinge zu empfangen oder zu schätzen. Frau mit LSE kann ihre Intimität als etwas Schlechtes betrachten, gefährlich, schmerzhaft und oder traurig. Andererseits wird eine Frau mit HSE ihre Intimität normalerweise als etwas Freudiges, Schönes, Interessantes und oder Positives sehen. Nehmen Sie zum Beispiel eine EFA, die durch die Aussage wie »Ich mag es nicht, Komplimente zu bekommen« ausgedrückt wird. Eine solche Bemerkung von einer Frau, die zu einem früheren Zeitpunkt in ihrer Interaktion mit ihr geäußert wird, sollte LSE-Alarmglocken in ihrem Kopf läuten lassen. Es ist sehr wichtig, dass sie nie die Tatsache aus dem Auge verlieren, dass Frauen sehr ernst mit ihren EFAs umgehen. Was diese Frau ganz klar und sehr früh mitteilt, ist, ich habe das Gefühl, dass ich weder von dir noch von anderen etwas Gutes verdiene. Ein solcher Mangel an Grundvertrauen hat die Tendenz, in einer Beziehung zu eskalieren. Es kann damit beginnen, dass sie sagt, ich mag keine Komplimente. Später in einer Beziehung wird eine solche Frau typischerweise Aussagen treffen wie »Ich fühle mich nicht wohl mit dir« »Ich habe das Gefühl, du könntest gewalttätig werden« oder »Ich finde, du bist ein Schwein, wenn du Intimität willst« oder »Du verstehst meine Depressionen nicht« und so weiter und so weiter. Das kann man sich gut vorstellen. Ein wichtiges Merkmal der LSE-Frau ist, dass sie das Thema Sexualität schon früh in der Beziehung anspricht, aber gleichzeitig dissoziativ in Bezug auf dieses Thema zu sein scheint. Dissoziativ bedeutet, dass es keine starke, bewusste Verbindung zwischen ihrem Geist und ihrem Körper besteht. Zum Beispiel könnte sie beim ersten Treffen etwas sagen »Ich mag starke Männer«, die mich zum Schreien bringen, weigert sich dann aber, Intimität zu haben. Ein weiteres wichtiges, zentrales Merkmal der LSE-Frau ist, ein tiefes Bedürfnis Männer im übertragenen Sinne psychologisch zu kastrieren. Tatsächlich ist es so, dass ihr geringes Selbstwertgefühl dazu führt, dass sie die Welt aus einer Position des Neids sieht. Neid ist eine typische narzisstische Eigenschaft. Alle Frauen sind ein bisschen neidisch, hatte ich in Neurologie 3. Eine HSE-Frau hingegen sieht die Welt aus einer Position der Dankbarkeit. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf einige der inneren Glaubenssysteme sowohl der HSE als auch der LSE-Frauen. Innere Überzeugung der HSE-Frau. Ich bin gut. Ich bin würdig. Ich verdiene alles Gute, das ich bekommen kann. Ich bin bereit, anderen Menschen Gutes zu geben und ich weiß, dass ich immer noch genug für mich selbst haben werde. Intimität ist eine freudige Sache. Männer lieben mich. Ich liebe Männer. Ja, gerade die letzten beiden werden heute immer schwieriger, wenn man das gesellschaftliche Klima ansieht. Aber an sich sollte es so sein. Ja, genau so würde ich es sehen. Innere Überzeugung der LSE-Frau. Ich bin schlecht. Ich bin wertlos. Ich verdiene keine guten Dinge von anderen. Ich habe das Gefühl, dass ich niemandem etwas Positives geben kann. Nicht einmal mir selbst. Intimität ist schmutzig, eklig, zerstörerisch. Männer hassen mich. Ich hasse, fürchte mich von Männern. Das wird heute das verbreitetere Schema sein. Wie LSE und HSE Frauen Männer unterschiedlich testen. Jede Frau hat ein grundlegendes Bedürfnis, das Potenzial und die Stärke eines Mannes zu testen. Und zwar sowohl zu Beginn einer Interaktion, als auch während der gesamten Dauer jeder Beziehung mit ihm. Dies gilt für Interaktionen, die die Frau als kurzfristig ansieht und noch mehr, wenn sie eine längerfristige Beziehung oder eine Ehe im Sinn hat. Wie wir bereits besprochen haben, können sie an ihrem EFA erkennen, ob eine Frau LSE oder HSE ist. Ob sie LSE oder HSE ist, können sie auch daran erkennen, wie sie testet. Vor allem am Anfang. Die Tests einer HSE-Frau sind standardmäßig darauf ausgerichtet, ihr Selbstwertgefühl zu testen. Die Tests einer LSE-Frau zielen darauf abzutesten, wie destruktiv sie sein können. Eine Frau testet sie auf der Grundlage ihrer Sicht der Welt. Und ihre Sicht der Welt wird bestimmt durch den Grad ihres Grundvertrauens. Wenn eine Frau zum Beispiel etwas sagt wie, mein letzter Freund hat mich die ganze Zeit verprügelt, ist dies ganz klar eine Art von LSE-Test. Ja, gerade erwähnt von mir schon vorher. Der Klassiker. Es kann auch softer sein. Der war gemein, der war Narzisst, der war nie da, hat mir nie Aufmerksamkeit geschenkt, all diesen Quatsch. Und als er ihr die Validierung dann gegeben hat, ist sie gegangen. Ja, da hatte ich eine schöne Geschichte. Oder als er Schwäche gezeigt hat, Resignative, ist sie dann weggegangen. Ja, das ist ein Schema, das kann man immer wieder drüberlegen. Das muss man halt verstehen. Da Frauen mir immer negativ über ihre Echsen berichtet haben, teilweise schlimme Dinge, habe ich mich rückblickend viel, viel zu nett verhalten. Ganz ehrlich. Da muss man natürlich auch drauf abfahren. Kommt drauf an, ob du natürlich auch Spaß hast, ein bisschen fies zu sein. Das muss ja nicht gleich Missbrauch sein. Aber ja, da muss man dann sozusagen raus aus dem Frame der Frau, aus der Validierungsabhängigkeit quasi. Ja, solange du von ihr noch irgendwie was ziehen willst, solange du noch zu viel Mitgefühl hast oder sie irgendeinerweise noch aufs Podest packst oder gut behandeln willst oder heilen willst oder all diesen Quatsch, dann machst du es halt leider dann auch noch lustigerweise genau falsch. Wenn sie hingegen etwas sagt, wie ich mag Typen, die mich beim Reden unterbrechen, mit einem Hauch von Sarkasmus, nachdem sie den Fehler gemacht haben, sie zu unterbrechen, wäre es ein HSE-Test. Und die Frau also sagt, mein Freund hat mich ständig verprügelt, testen sie, um herauszufinden, ob sie entweder a. an ihrem Elend teilhaben und ihr Therapeut werden wollen. Wenn sie diesen Weg wählen, garantieren wir ihnen, dass sie keine Intimebeziehung mit dieser Frau haben werden. Oder b. ob sie sie auf die gleiche Weise zuschlagen, wie es ihr früherer Freund getan hat. In diesem Fall könnte die Intimität wirklich heiß sein. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich würde aber einschränken, du kannst durchaus der Therapeut sein und eine Intimebeziehung haben, das geht. Aber desto mehr du, das ist halt ein Grad, desto mehr du auf die Beta-Schiene rutscht, desto mehr du gut zu ihr bist, sie heilen willst, ihr Festigkeit und alles geben willst, weil sie das ja am tiefsten ihres Herzens eigentlich braucht. Eigentlich ist der Impuls, muss ich jetzt auch mal sagen, sogar richtig, weil ihr inneres Kind, wenn wir jetzt mal einen Ausflug machen, was da irgendwo zu kurz gekommen ist oder ihr Trauma, was sie im Lauf des Lebens erhalten hat, wünscht sich ja am tiefsten Inneren genau das. Aber ihre Seele ist ein Saboteur. Sie wird es nicht annehmen, sie wird dich sogar dafür bestrafen. Und je mehr du versuchst sie zu heilen, desto weniger wird die Intimität. Ja doch, das würde ich durchaus sagen. Ja und dann hier der zweite, hatte ich ja gerade gesagt, da musst du halt wissen, ob du auf den Part stehst. Erstens, aus der Sicht der HSE-Frau haben sie nur dann einen Wert für sie, wenn sie eine der beiden umgenannten Dinge tun. Wenn sie versuchen, ihr wirklich gute Dinge zu geben, wird sie einfach nicht glauben, dass dies möglich ist. Sie wird sie entweder für schwach oder für einen Lügner halten. Ja. Andererseits testet eine HSE-Frau, indem sie sie auffordert, sie zu unterbrechen, ob ihr Selbstwertgefühl von ihrem Selbstwertgefühl abhängt und von ihrem Urteil über sie. Wenn sie ausschlippen oder defensiv werden, sind sie erledigt. Sie testet sie auch, um zu sehen, ob sie intelligent genug sind, um zu verstehen, dass sie Wert darauf legt, wie sie sich fühlt und was sie sagt. Sie können sie natürlich immer wieder unterbrechen, aber das ist nicht wirklich das eigentliche Thema. Der Hauptzweck ihres Tests ist es nämlich festzustellen, ob ihr Selbstwertgefühl auf ihrem Niveau oder darüber liegt. Auf diese Weise kann sie entscheiden, ob sie ein Mann sind, bei dem sie sich sicher fühlen kann. Da haben wir es. Das ist der reguläre Fitnesstest sozusagen. Eine normale, gesunde Frau macht reguläre Fitnesstests, die guckt, ob du in deinem Selbstbewusstsein bist, ob du non-reaktiv bist, die Eiche, ob du egosyntonisch bist. Ganz einfach. Sobald du reaktiv wirst, das ist immer so, das ist in Streit so mit Frauen, das ist generell so. Sobald du emotional wirst, hat sie das Argument in ihren Augen gewonnen oder du den Test in dem Fall verloren. Das ist ein absoluter Grundsatz sozusagen. Dahinter versteckt sich halt sozusagen ein Selbstwerttest. Und sie möchte ja Hypergram nach oben, sie möchte sich an den höheren Selbstwert klammern. Das funktioniert im Narzissmus genauso. Warum ist der so beliebt? Der hat halt zwar eine dissoziative, abgespaltene Ego-Komponente, Ego-Projektion, aber daran können sie sich festhalten. Ich sagte, Frauen haben alle so ein bisschen Außenvalidierungstouch und dadurch ein bisschen Selbstwertproblematik in sich, sind sozusagen Neisker auf Steroiden oder eine Co-Abhängige eigentlich eingebaut. Und genauso wie in der Psychologie möchte sie sich sozusagen in der evolutionspsychologischen Betrachtung an der Überstellung festklammern, um ihre eigene Angst, ihre eigene Neurotizität damit runterzufahren. Auch bei der HSE-Frau, die jetzt nicht ein Wrack ist im Prinzip. Auch die möchte aber ein Mann, zu dem sie aufschauen kann, der auf jeden Fall mehr Selbstwertgefühl hat als sie. Da sieht man es halt auch wieder ganz klar. Alles Prinzipien, die schon mal besprochen worden sind, aber hier wiederholt sich es. Aber es ist trotzdem noch mal gut, das zu sehen. Die Autoren haben diese Lektion auf die harte Tour gelernt. Ich auch. Wenn sie zu nett zu Frauen sein wollen, suchen sie sich Frauen, zu denen sie nett sein können. Bewusstsein für ihre eigene Intimität. Das Bewusstsein einer Frau für ihre eigene Intimität ist von entscheidender Bedeutung. Stellen sie sich in einem Moment lang vor, dass die intime, instinktive Welt einer Frau wie der Motor eines Autos ist und ihr Bewusstsein für diese Instinktwelt wie das Lenkrad ist. Eine LSE-Frau hat in der Regel einen schlechten Kontakt zu ihrem Motor, sodass sie unter dem Einfluss von sehr starken intimen Instinkten oder schlechten intimen Instinkten stehen kann. Aber in jedem Fall ist ihr Bewusstsein Fahrkönnen für diese Instinkte ziemlich schlecht. Es ist vergleichbar mit einer Situation, in der eine Person einen mehr oder weniger leistungsstarken Ferrari fährt, aber der Fahrer hat nicht die Erfahrung mit dem Fahren dieses Fahrzeugtyps. Andererseits erkennt man eine HSE-Frau an ihrem geschickten Umgang mit dem Lenkrad. Sie weiß, wohin sie fährt und was sie tut, unabhängig davon, ob ihr Motor, ihr Trieb sehr stark ist oder nicht. Die Beziehung der LSE-Frauen zu ihrem Körper ist schlecht und aus diesem Grund neigt sie dazu, sehr dissoziativ zu sein. Andererseits ist eine HSE-Frau nicht so dissoziativ. Es ist zu beachten, dass Dissoziation ein Element ist, das immer vorhanden ist in der einen oder anderen Form, in der gesamten weiblichen Intimität. Und dieser Satz ist sehr, sehr spannend. Ich beschäftige mich gerade mit Dissoziation, werde ich glaube ich in einem der nächsten Videos mal mich mit tiefer auseinandersetzen. Kleiner Ausblick. Frauen dissoziieren dreimal häufiger als Männer. Also das ist sozusagen angelegt. Ich sprach mal vom Zauberwald. Das ist nichts anderes als eine Dissoziation. Der gesamte Cluster B zeichnet sich dadurch aus, dass alle dissoziieren vom wahren Selbst. Das ist schon in der Kindheit oder später. Sie bauen sich sozusagen eine Ego-Projektion, Fantasieschloss und leben da. Der Borderliner oder die Borderlinerin splittet halt sogar die Realität eben schnell dissoziativ durch. Also wie soll ich es beschreiben? Ein normaler Mensch, wir dissoziieren alle. Zum Teil. Manchmal blenden wir einfach Sachen aus. Ja, die Schmerzen, die wir gerade haben, weil wir jetzt noch schnell was anderes machen müssen und nichts dagegen tun können beispielsweise oder so. Aber wir wissen ja noch, dass wir Schmerzen gehabt haben. Was ist das andere Ende des dissoziativen Spektrums? Das ist eine multiple Persönlichkeit, wie wir sie aus Filmen kennen. Ja, Jekyll und Hyde etc. Split. Splitter hieß der eine Film sogar mit McAvoy. Und dann hat er acht Persönlichkeiten. Ja, und die wissen nichts voneinander und sind durch Amnesie voneinander getrennt. Also die wissen nicht, dass sie existieren. Ja, das ist sozusagen eine komplette Dissoziation. Und dazwischen ist ein ganzes Spektrum an Dissoziationsmöglichkeiten. Der Borderliner ist auch wie eine multiple Persönlichkeit. Ja, der hat halt dieses Kaleidoskop an Splittern. Aber er hat ein durchgängiges Gedächtnis. Ja, das ist das Abgefahrene, warum man das so fasziniert daneben steht. Ja, man wird aufgewertet, abgewertet. Die rastet aus, heute so, morgen so. Und du kannst selbst eine Kamera laufen lassen, ein Sprachprotokoll mitlaufen lassen. Und die ist so dissoziiert, dass das schlichtweg nicht wahrgenommen wird. Ja, also da werden sozusagen extreme weibliche Tendenzen deutlich. Aber alle Frauen sind auf dem Spektrum BPD, hat das Buch auch gesagt. Dem werde ich auch nochmal ein bisschen auf den Grund gehen. Und insofern dissoziieren sie alle und besonders stark dissoziieren sie halt in der Interintimität. Ja, das hat sozusagen evolutionäre Gründe. Warbrite-Dynamik und so weiter, denke ich. Meine persönliche These dabei. Das ist der Zauberwald, den ich immer gerne beschreibe. Ja, wir müssen ja nur an die verdeckte Ovulation denken. Wie sie dem einen das Kind unterschiebt sozusagen und dabei ein Leben lang lächelt und so tut, als wäre nichts. Selbst wenn es entdeckt wird, gibt es da Videos, wo sie dann immer noch sagt, was ist denn? Ist doch nicht wild. Wäre so ein Extrembeispiel. Und das läuft ja schon die ganze Evolution durch. Und wenn du da nicht die gewisse Fähigkeit zur Dissoziation hast, dann könntest du das nicht durchziehen. Das geht nicht. Ja, das ist wie diese Schamexternalisierungsautomatik, die ich an anderer Stelle auch schon mal beschrieben habe. Oder auch in der plausiblen Abstreitbarkeit sieht man es auch. Also sie durch die plausible Abstreitbarkeit also zu sagen, hey, wir gehen nur eine Cola trinken, komm mal kurz rauf, wir trinken noch einen Kaffee. Anstatt zu sagen, komm mal rauf, gib Bunga, gibst du ihr sozusagen ein Out, ein soziales Out, ihre Ambivalenz aufrechtzuerhalten und weiterhin ihre Scham zu externalisieren. Und das ist auch eine Form der Dissoziation. Sie steht da unten und sie ist hochsozialintelligent, sie weiß genau, was kommt. Aber im Inneren dissoziiert sie sozusagen, was gleich kommen wird von dem, was jetzt ist. Andere Frauen beschreiben, ganz normale Frauen beschreiben, wie sie komplett in manchen Intimsituationen dissoziieren. Den Bericht werde ich auch nochmal. Da habe ich einen netten Artikel gefunden. Das ist ein ganz verbreitetes Phänomen. Und es dient sozusagen ja auch dem eigenen Schutz sozusagen. Aber gut, ich habe genug dazu gesagt. LSE-HSE-Tests für Männer und Frauen. Sie können eine Frau auch auf ihrer LSE-HSE-Merkmale testen, indem sie beobachten, was sie im Laufe einer Verführung erregt. Dies sind einfache Tests, die sie mit einer Frau durchführen können, um das Niveau ihres Selbstwertgefühls frühzeitig zu erkennen. Der LSE-Schwellentest. Wir würden niemals dazu raten, diesen Test durchzuführen, wenn er nicht zu ihrer Sicherheit wäre. Um ihre Sicherheit willen, ist es sehr wichtig, dass sie frühzeitig wissen, ob eine Frau LSE ist oder nicht. Bitte versuchen Sie dies nicht zu Hause mit ihrem Langzeitpartner. Dies ist ein Test, der nicht in einer Beziehung durchgeführt werden soll, um das Selbstwertgefühl einer Frau zu testen, bevor sie sich in einer langfristigen Beziehung mit ihr befinden. Wenn Sie eine Frau treffen, können Sie als ersten Test etwas sagen oder tun, dass Ihr Selbstwertgefühl ein wenig herabsetzt. Zum Beispiel könnte das sein, dass Sie ihr einen Befehl etwas schärfer erteilen als sonst oder indem Sie sich über sie lustig machen und gar hänseln. Auf diese Weise finden Sie die Stufe, die wir als Schwelle für das Selbstwertgefühl SE-Schwelle bezeichnen. Die LSE-Schwelle ist eine Reaktion, die eine Frau zeigen wird, wenn Sie diesen Test mit ihr durchführen. Eine HSE-Frau zum Beispiel reagiert an einem bestimmten Punkt mit einer Aussage wie – das ist inakzeptabel – so etwas tut man mir nicht an. Ab diesem Punkt können Sie den Grad Ihres Selbstwertgefühls auf eine bestimmte Weise messen. Wenn Sie hingegen bei einer Frau mit schlechtem LSE mit härterer Behandlung eskalieren, können Sie viel weiter gehen, ohne dass sie sich wirksam wehren kann. Manche LSE-Frauen sind in der Lage, eine sehr harte Behandlung zu tolerieren, ohne diese Schwelle zu erreichen. Eine Frau wird Sie stoppen, sobald Sie Ihre Schwelle erreicht haben. Wenn die Frau HSE ist und Sie sie mögen, dann sollte es offensichtlich sein, dass Sie den Test an diesem Punkt beenden wollen. Bestätigen Sie einfach Ihren Einwand und wechseln Sie das Thema. Ja, also es ist Kalibrierung ist das Stichwort. Langsam eskalieren, Kalibrierung ist ganz wichtig. Ja, so ein bisschen teasen und dann nochmal ein bisschen so und mal ein bisschen derbe werden und mal gucken, wie sie reagiert so und dann sagen, hey, war nur ein Spaß, war nicht so gemeint, ja klar, okay, ich will doch nie, weißt du? Und dann hast du das Ding wieder gerettet und dann musst du natürlich soziale Signale senden können, selber ein bisschen ambivalent sein, vor allen Dingen, wie vorhin schon gesagt, nicht angewiesen auf ihre Bestätigung. Also wie immer muss sie dir egal sein. Desto egaler sie dir ist, desto mehr Frame hast du. Trotzdem musst du halt diese Sensibilität haben, diese Zeichen lesen zu können und so ein bisschen zu eskalieren und auch weiter zu gehen. Also so das, was hier beschrieben wird, habe ich eigentlich in dem Sinne nie gemacht. Man kann das natürlich das Spielchen noch ein bisschen weiter treiben. Werte über ihre früheren Beziehungen erfragen. Werte erfragen bedeutet, etwas über ihre besonders abstrakten Überzeugungen herauszufinden, die eine Frau hat, die wiederum die Gefühle hervorrufen, die für sie in einer Beziehung wichtig sind. Das kann man nicht direkt tun, sonst erwecken sie bei ihr den Eindruck, dass sie zu sehr ein Nice Guy sind und damit schrumpft ihre Anziehungskraft für sie. Sie würde zum Beispiel niemals etwas direkt fragen wollen, wie bin ich dein Typ? Vielmehr musst du diese Information auf indirekte Weise herausfinden. Indirekt bedeutet einfach, dass sie etwas über ihre Werte herausfinden, ohne dass sie es merkt, dass sie das tun. Das können sie tun durch aktives Zuhören. Diese Fähigkeit zum aktiven Zuhören bedeutet, dass sie ihre eigenen Werte für einen Moment beiseite schieben und sich entspannen und hören aufmerksam zu, was sie über ihre vergangenen Beziehungen erzählt. Wenn sie aufhört oder das Thema wechselt, können sie freundlicherweise umleiten mit Sätzen wie Und? Oh, das klingt interessant. Ich kann nicht glauben, dass es wirklich passiert ist. Unglaubliche Geschichte, wie ist das passiert. Sehr gut. Du willst natürlich weiter bohren, so ein bisschen an der Stelle. Du musst dann natürlich viel zuhören. Ist sowieso immer gut, wenn sie redet, hast du immer die Anziehung auf deiner Seite. Und musst dann an den Stellen immer sehr interessiert tun. Aktives Zuhören. Eben auch, ach ja, dein Freund war so ein Bastard. Oh, er hat sie gemacht. Nö, das hat er gemacht. Nö, und dann, was hat er dann gemacht? Das ist ja krass. Nö, aber immer wertfrei. Nicht, das kommt gleich. Also, nicht, was bist du denn für eine? Du bist so lange bei dem geblieben. Nö, wenn du das sagst, hast du verloren. Du musst sozusagen immer wertfrei, neutral, über den Dingen stehend, aber interessiert sein. Aber dafür nicht zu viel Mitgefühl zeigen. Das ist dieser Nice Guy Part. Oh du Arm. Oh Gott. Ja, also wenn du den machst, hast du verloren. Das ist auch wieder Kalibrierung hier. Ganz wichtig. Sie müssen unbedingt die Werte einer Frau in Bezug auf eine extrem wichtige Sache herausfinden. Und zwar, wie sie auf Misshandlung reagiert. Denken Sie daran, wie eine Frau auf Misshandlung reagiert, ist eine entscheidende Information, die Ihnen helfen wird, herauszufinden, wo sie sich auf dem LSE-HSE-Spektrum befindet. Wenn Sie also die Vorgeschichte der Frau herausfinden, mehr über Ihre frühen Beziehungen herausfinden, sollten Sie vor allem auf folgende Frage achten. Ob sie psychisch oder körperlich wiederholt misshandelt wurde von ihren früheren männlichen Partnern. Wenn sie sehr oft in dieser Situation war, dann können Sie sehr sicher sein, dass sie LSE ist. Es gibt zwar absolut keine Entschuldigung dafür, auf einen anderen Menschen einzuschlagen. Allerdings haben Erwachsene auch die Verantwortung, sich sofort und dauerhaft aus inakzeptablen Situationen zu entfernen. Ja, da hätten wir sie wieder. Die weibliche Unterverantwortlichkeit, das tun sie dann teilweise nicht. Aber was eigentlich dahinter steht ist, wenn sie dir dann die Story erzählt, dann darfst du eben nicht wie der Nice Guy gerade Mitgefühl entwickeln dafür. Die Frau hat sich ihr Schicksal gewählt. Sie hat vielleicht eine Kindheit gehabt, die sie dazu geführt hat. Ja, sie hat unbewusste Mechanismen, die sie immer wieder da reintreiben. Ja, man kann das jetzt alles psychoanalytisch durchschauen auf einer Ebene der kognitiven Empathie, aber nicht auf der Mitgefühlsebene. Weil sie hat verdammt nochmal ihr Schicksal gewählt. Deswegen sagte ich mal an anderer Stelle Fragen, wie lange war es denn in der Beziehung? 8, 5 Jahre? 18 Jahre? Ach so, alles klar. Ja, okay. Und du willst von mir das Opfer spielen? Denke ich mir natürlich dabei. Ich lasse hier natürlich ihre Opferrolle und Frage interessiert weiter, um Informationen zu generieren, um genau abzuleiten, wie die Zukunft aussehen wird. Oder welche Verhaltensmuster ich an den Tag legen muss, um Erfolg zu haben. Das ist hier eine sehr rationale Geschichte und keine emotionale an der Stelle. Auch darf man sie dafür nicht werten. Also hier geht es absolut nicht um Wertung. Wir sind ja keine Frauen. Wir sehen das aus männlicher Sicht als Analytiker und ziehen dann unsere Schlüsse draus, was wir da am besten draus machen aus der Situation. Hier geht es nicht um die Wertung der Frau. Sich als Freigreis präsentieren. Dies ist eine Technik, um sie dazu zu bringen, sich ihnen zu öffnen, sodass sie ihnen sagt, was sie wirklich wissen wollen. Es ist auch ein guter Test für HSE, LSE. Es gibt eine geheime Übereinkunft unter Frauen. Sie reden untereinander völlig frei über alles. Dieses freie Gespräch, das Frauen führen, kommt in Männersprache übersetzt als Subkommunikation an. Frauen halten diese Facette ihrer Gespräche mit anderen Frauen von Männern geheim und sie tun dies manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Der Schlüssel dazu ist, dass wenn sie eine Frau zum ersten Mal ansprechen, auf subtile Weise zu verstehen geben, dass sie ein Freigeist sind. Sie könnten zum Beispiel etwas sagen wie, ich kann nicht glauben, dass diese Typen so eine große Sache über die Affäre des Bürgermeisters machen. Sie sind doch alle erwachsen. Ich finde es dumm, wenn die Leute so einen Wirbel machen über intime Minderheiten, also so kontra-erwoke werden. Ich kann verstehen, dass Frauen, die in ihrer Ehe frustriert sind, manchmal eine erwachsene Liebe suchen, eine befriedigende Liebe suchen. Ja, also schöne euphemistische Sätze. Ja, und hier sprichst du dann Bomenies eigentlich, was man eigentlich nicht machen soll. Aber gerade wenn man von der RP kommt, muss man sozusagen Kreide fressen. Du darfst da nicht sitzen und sagen, ja, Frauen übergaben, ja, ja, alle bei Chat und so. Ja, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Damit wertest du sie. Und was ist das Schlimmste für eine Frau, bewertet zu werden? Warum ist es schlimm? Weil sie keine sozialen Outs mehr hat, ne, und weil sie die Scham externalisieren müsste. Da müsste es schon echt wert sein, die Scham zu nehmen dafür. Bloß wird sie sich immer weiter verschließen. Das sagte ich an anderer Stelle schon. Du musst sozusagen massiv Kreide fressen. Absolut werturteilsfrei. Wenn du die Dirne sehen willst, darfst du die Dirne nicht beschämen. Auf gar keinen Fall. Auch nicht indirekt. Absolut keine Werturteile. Es ist in deinem Interesse. Ob du die Meinung wirklich vertrittst, spielt dabei keine Rolle, ja. Früher oder später werden aufrichtige Kommentare wie dieser von ihnen unweigerlich jede Frau dazu bringen, sich zu öffnen. Sie wird anfangen, ihnen Dinge zu erzählen, die sie niemals mit ihrem Mann oder Freund besprechen würde, sondern nur mit ihren Freundinnen. Aber Vorsicht, tun sie das nicht aus der Rolle des netten Kerls. Der versucht, seinen eigenen Mangel an attraktiven Eigenschaften auszugleichen, indem er sich als übermäßig sympathischer Zuhörer präsentiert, der nichts Besseres zu tun hat, als allem zuzustimmen, was aus dem Mund der Frau kommt. Auf diese Weise ruinieren Sie die Anziehungskraft. Ihr Ziel ist es nicht, eine weitere Freundin zu werden. Bringen Sie sie stattdessen etwas Spannung und Aufregung in das Gespräch. Widersprechen Sie ihr gelegentlich und necken Sie sie manchmal ein wenig. Ja, also es wiederholt sich nochmal, ja. Nicht über defekte Frau, oh ja, du Arme, oh ja, ja. Immer nur nicken und immer nur Confirmation beißt oder Rapport, wie man es in der Fachsprache nennt. Rapport ist wichtig, um Grundvertrauen herzustellen. Ja, also klar, ja, mhm, mhm, Gemeinsamkeiten rausarbeiten, lächeln, so all dieses Nice-Guy-Getue oder sagen wir mal, wie man in der normalen Welt mit normalen Menschen interagiert, aber nicht unterwürfig. Ja, und immer mal auch distanziert wirken, nicht völlig in die eine Richtung umschlagen, auch mal einen Spruch raushauen, wie vorhin oder spielerisch eh widersprechen, sozusagen aloof sein, über den Dingen stehend, ganz wichtig. Nichtwertend sein, über den Dingen stehend, non-reaktiv und das Ganze einfach rein spielerisch betrachten, ja. Alles nichts Neues, also aus dem Pick-up auch bekannt, aber es ist schön, das nochmal zu hören. Testen Sie Ihr Selbstwertgefühl. Wenn eine Frau sich mit Ihnen wohlfühlt und überzeugt ist, dass Sie ein aufgeschlossener Mensch sind, wird sie sich Ihnen gegenüber öffnen und über alles, was sie mag, Ihre Intimität, Ihre frühen Beziehungen und so weiter, reden. Sobald Sie wissen, was Sie wissen wollen, können Sie dann testen, indem Sie etwas frecher und wilder und freigeistiger werden. Mit anderen Worten, werden Sie nach und nach roher. Wenn sie LSE ist, wird sie kichern und sich noch mehr zu Ihnen hingezogen fühlen. Das liegt daran, dass die LSE-Frau sehr chaotische und nicht definierbare Grenzen des Ichs hat und leicht Fremde in ihr persönliche Intimsphäre lässt. Andererseits wird eine HSE-Frau etwas tun, um sie zu stoppen, denn sie wird ein gewisses Unbehagen verspüren. Ja, sehr interessant analysiert. Chaotische und nicht definierte Grenzen. Zeichen der Co-Abhängigkeit, die ja auch niedrig selbstwertig ist, ist, keine Grenzen setzen zu können. Das wäre dann für das Thema. Wenn es eher eine narzisstische Störung ist, glaube ich, müsste man hier nochmal den Fall ein bisschen umbauen. Aber an sich, wenn jemand niedrig im Selbstwert ist, ist er schlecht im Grenzen setzen. Dann lässt er sich auch schlecht behandeln, in Anführungszeichen, wie er oben schon ausgeführt ist. Und hat eben ein besonderes Verhältnis zu seiner Intimität. Ja, und die HSE-Frau wird eben, ja, ihre Tugend oder ihren Wert irgendwo an einem gewissen Punkt schützen. Wird irgendwann sagen, ja, das hat ja noch nie jemand zu mir gesagt. Ja, das ist jetzt grenzüberschreitend. Und das ist gesund, dass sie Grenzen zeigt, dass sie sich sozusagen nicht niedermachen lässt. Ja, es kommt darauf an, wie groß das Ego ist. Aber wir reden jetzt mal von einem gesunden Ego. Dann ist es auch gut, wenn sie ein bisschen Anstand hat und ein bisschen Grenzen hat, sozusagen. Wenn sie dabei nicht unfreundlich ist, ist das eigentlich, ja, was Positives. Vorsicht, das bedeutet nicht, dass HSE-Frauen nicht freizügig sind. Vielmehr bedeutet dies in der Regel, dass ihr Selbstwertgefühl auf ihre Grundwerte reagiert, indem sie die Grenzen ihrer Intimität verteidigt. Je weniger sich eine Frau gegen einen Angriff auf ihre persönlichen intimen Grenzen verteidigt, desto mehr ist sie LSE. Je mehr eine Frau sich gegen einen solchen Angriff wehrt, desto mehr ist sie HSE. Mit einer wichtigen Ausnahme, die LSE-LD-Frauen, also Low Drive. Niedriger Selbstwert, niedriger Trieb. Die Frau mit geringem Selbstwertgefühl und niedrigem Trieb kann die Grenzen ihrer Intimität verteidigen, während sie in ihrer Sprache grob werden. Aber sie tut dies normalerweise aus Angst vor Intimität. Eine solche Frau fehlt es an der Fähigkeit, Intimität wirklich zu genießen. Und das liegt nicht an einem gesunden Selbstwertgefühl ihrerseits. Deshalb ist es wichtig, dass diese Untergruppe von Frauen erkannt wird, Nachdem sie diesen grundlegenden Text der Freigeistigkeit der Frau durchgeführt haben, müssen sie dann feststellen, ob Elemente der Selbstzerstörung in ihr vorhanden sind. Ja, interessant, dass sozusagen die abgegessene, niedrig selbstwertige Frau denn dieselben Zeichen zeigt wie die hochwertige Frau. Sie setzt sozusagen keine gesunden Ego-Grenzen aus Selbstwert, aus Selbstrespekt, sondern aus Angst, weil sie natürlich schon häufiger unter die Räder geraten ist. Ja, Chats Roadkill. Ja, selbe Reaktion kann man leicht misinterpretieren. Wichtiger Punkt, da muss man eben andere Kriterien noch finden, um das festzumachen. Die Tendenz zur Selbstzerstörung. Sobald sie Erfahrungen mit dem Testen von Frauen auf HSE, LSE haben, werden sie feststellen, dass die HSE-Frau einen großen psychischen Raum zwischen dem physischen und dem psychischen Teil ihrer Intimität hat. Mit anderen Worten, sie verhält sich wie eine Person, die ständig ihre Persönlichkeit testet und sie nimmt sich die Zeit dafür, dies zu tun, ohne sich in irgendeine intime Handlung mit ihnen zu stürzen. Die HSE-Frau kann dies tun, weil sie sich ihrer eigenen Intimität bewusst ist. Die LSE-Frau hingegen scheint es sehr eilig zu haben, sobald sie ihre Intimität mit ihren Verführungskünsten ansprechen, in eine von zwei Richtungen. In der einen Richtung könnte sie es eilig haben, ihre eigene Intimität zu verleugnen, indem sie eine Bemerkung macht wie, ich bin doch nicht so eine. Hahaha. Dies ist ein charakteristisches Merkmal der LSE-LD-Frau. Oder sie könnte es relativ eilig haben, ihre männlichen Geschlechtsorgane zu ergreifen und auf ihn herumzuspringen. Dies ist ein charakteristischer Charakterzug der LSE-HD-Frau. Also eine gesunde Frau sozusagen im Selbstwert, hat gesunde Grenzen, ist vielleicht auch nicht gleich am ersten Date verfügbar, guckt dich genau an, testet dich. Ja, ebenso wie wir es eigentlich kennen, normal, in Anführungszeichen. Und die andere spittet wahrlich in zwei Richtungen, ist sehr stark gespalten in sich. Ja, entweder wir hatten ja die drei Klassifizierungen von Dirn. Man könnte das jetzt sozusagen auch runterbrechen, aber wir bleiben mal bei niedrigem Selbstwert. Ja, und ich bin doch nicht so eine, ist wohl typisch für, sie hat keinen Bock und hat keinen Selbstwert. Und wenn sie keinen Bock hat, wenn sie sehr viel Bock hat und niedrigem Selbstwert, dann ist sie natürlich auch leicht zu haben. Ja, und bitte nicht den Madonna-Dirn-Komplex jetzt nutzen wieder und Frauen in Schubladen packen. Das ist alles hier wertneutral sozusagen. Ja, ist ein bisschen widersprüchlich. Zu dem ganzen Kapitel kommen wir ja nochmal, dass Männer sozusagen ja diesen natürlichen Ekel haben vor Frauen. Und ja, das ist ja eine Deone, die ist gleich mit mir ins Bett gesprungen und so. Die Autoren streiten sozusagen das ja massiv ab, dass man das abstellen soll, dass das sozusagen dich nur hindert in deiner Auswahl, in deinen Optionen, dass man sich das abgewinnen soll. Andererseits machen sie hier genau diese Kategorien auf, das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich. Aber wie gesagt, das ist einfach als Metrik zu sehen. Ja, oder wenn du zum Beispiel hier schnell einer Frau im Bett landest beim ersten Date, die leicht zu haben ist, dachtest du vielleicht, oh, ich habe mal Glück gehabt und hast dir eigentlich den Teufel ins Haus geholt. Ja, aber da spielen auch andere Geschichten mit rein. Anziehungslevel, wenn das sehr hoch ist, einfach aufgrund von Äußerlichkeiten, passiert das auch mit einer HSE-Frau. Also das ist jetzt hier auch nicht bedacht. Die Frauen dieser Untergruppe können intime Elemente früh in der Interaktion einbringen. Sogar noch bevor es zu einer offenen Annäherung ihrerseits kommt. HSE-Frauen können auch recht schnell Intimität mit ihnen haben. Aber sie werden feststellen, dass sich eine HSE-Frau vorher die Zeit nimmt, um ihre Persönlichkeit genauer zu testen. Ihre Persönlichkeit vor der Intimität nicht zu testen, ist fast immer ein Zeichen von LSE. Ein weiteres wichtiges Merkmal der HSE-Frau ist, dass sie immer auf ihre Sicherheit prüft. Für eine gesunde Frau gibt es drei Hauptaspekte der Sicherheit. Körperliche, psychologische und soziale. Dies ist nicht leicht zu erkennen. Frauen mit LSE können ebenfalls auf Sicherheit testen, aber sie tun dies aus anderer Perspektive als die HSE-Frauen. LSE-Frauen testen sie aus einer Position der Angst heraus, auf Sicherheit zu testen. LSE-Frauen, die tief in ihrem Selbstwertgefühl verletzt sind, werden sie auch auf Missbrauch testen. Es ist sehr traurig zu sagen, aber einige LSE-Frauen werden einen Mann, der die Fähigkeit besitzt, sie zu missbrauchen als wertvollen Mann ansehen. Ja, da wiederholt sich das, was ich schon sagte. Unbewusst oder bewusst wird sozusagen das Trauma reproduziert. Ja, und auch wieder das Angstelement. Ja, also häufig geht bei BPD zum Beispiel Paranoia mit ein. Also auch sonstige Traumata gehen immer mit Angstzuständen überein. Frau ist ja ein Angstwesen an sich. Und wenn sie ein verstärktes Angstwesen ist, wird sie das aus der Angstperspektive testen. Und nicht aus der Qualitätsperspektive, so ob du ein guter Mann bist für sie. Sondern aus der verprügelt er, hoffentlich verprügelt er mich nicht oder und eigentlich vielleicht sogar unbewusst damit verbunden, hoffentlich verprügelt er mich. Wenn es richtig verquer ist. Wobei ich sagen würde, dass alle Frauen ein Stück weit ein Angstwesen sind. Also das ist völlig klar, dass sie alle ein bisschen auf Vorsicht bedacht sind. Ist auch normal, aber ja, das Motiv ist eben ein anderes. Wenn eine HSE-Frau sie hingegen auf ihre Sicherheit testet, wie sie das Gefühl haben, dass sie mit ihnen als ein emotionaler und intimer Mensch sich frei öffnen kann. Es geht ihr auch um ihren Ruf in der Gemeinschaft und bei den Freunden und der Familie. Das ist eine Frau auf biologischer Ebene tief einprogrammiert. Eine HSE-Frau weiß sehr wohl um die Möglichkeiten einer Schwangerschaft und die Notwendigkeit einer klugen geeigneten Partner auszusuchen, bevor sie sich auf die Intimität einlässt. Wenn eine HSE-Frau sie auf Sicherheit testet, wird sie oft den Eindruck haben, aus ihrer Perspektive als Mann recht egoistisch zu handeln. Das ist sicherlich auch der Fall. Allerdings hat der Egoismus der HSE-Frau jedoch keine destruktiven Elemente in sich. Im Gegenteil. Vielmehr wird es immer ein Aspekt der Sorge um ihr eigenes emotionales und körperliches und soziales Wohlbefinden sein. Man soll von Frauen nichts Altruistisches erwarten. Es ist ja klar, dass sie an der Stelle egoistisch ist und dich testet und sicher gehen will. Neun Monate Schwangerschaftsaufwand. Kennen wir alles. Hypergamie. Muss man nicht wiederholen. Und natürlich der Ruf. Also das ist klar. Die soziale Stellung im Stamm, hatte ich auch oft genug erwähnt, ist ganz relevant. Deswegen sind diese ganzen Tugendhaftigkeits-, Schamexternalisierungs-, Vermeidungsmechanismen ja bis hin zur plausiblen Abstreitbarkeit. Und euphemistischem Sprachgebrauch und Ambivalenz kommt ja alles in dem Buch vor. Das war relativ klar. Praktische Ratschläge. Warum? Also sollten Sie eine Frau immer auf ihren Grad an Selbstwertgefühl testen? Weil unter all den erkennbaren Merkmalen ihrer Persönlichkeit ist ihr Selbstwertgefühl ein Faktor, der definitiv Einfluss auf den Verlauf ihrer Interaktion mit ihr hat. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine kurzfristige oder langfristige Interaktion handelt oder ob es sogar zu einer Ehe führt. Die Frage des Selbstwertgefühls einer Frau ist äußerst wichtig. Wenn Sie eine gesunde, langfristige Beziehung anstreben, kann die Nichtbeachtung des Selbstwertgefühls einer Frau für sie jahrelange Probleme und für schwere emotionale Schmerzen und sogar wirtschaftlichen Verlust bedeuten. Die Chance, dass eine Frau mit LSE sich an eine HSE-Frau verwandeln kann, sind ohne jahrelange Therapie und eine starke Motivation ihrerseits extrem niedrig. Außerdem wäre der Weg voller Gefahren für ihr eigenes Wohlbefinden als Mann. Es ist äußerst wichtig, dass sie lernen LSE-Frauen aus ihrem Leben auszusortieren und dadurch Platz in ihrem Leben für HSE-Frauen schaffen. Man könnte das Kapitel zusammenfassen mit, hol dir keine Psycho-Olle ins Haus, kann ich nur unterschreiben, bin ich absolut an Bord. Wer, wenn nicht ich, weiß das. Ja gut. Aber auch mit Psycho-Ollen kann man viel Spaß haben, wenn man eben weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man nicht blind als Retter losläuft und glaubt, White Knight technisch irgendwie hier wen retten zu müssen, Saver Home-mäßig zu gutmenschlich an die Sache rangeht, wenn man das Ganze eben eher distanziert sieht, ja, kann man das sozusagen auch für sich ausnutzen, wenn man gar so ein bisschen auf die dominante Rolle steht. Es muss ja auch nicht brutal und missbrauchig sein, aber wenn man eben sehr in der Dominanz ist, dann kann eine LSE-Frau, die eben eine submissive Intimität hat, ja auch interessant sein. Eben für Kurzfrist, eben für F-Plus oder sowas. Ja, kannst du machen, gut, aber bitte, bitte nicht retten. Ja, also da kann ich aus meiner Erfahrung nur beipflichten. War ein interessantes Kapitel. Ich finde diese Unterteilung ist echt cool für den einfachen Gebrauch. Ja, also wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat von Psychologie und einfach nur mal so ein paar Grundlagen will, finde ich das super. Ich als Nerd würde natürlich jetzt reingehen, habe ich ja auch während des Textes gemacht und sagen, okay, Nazismus hier, Borderline da, Nieriges Selbstwertgefühl da, Co-Abhängigkeit da, Daddy Issues hier. Alles klar, also man kann das total noch ausdifferenzieren. Hans-Loot-Typ so und so, wenn man eine Wissenschaft draus machen will. Aber für den einfachen Gebrauch ist das, denke ich, sehr, sehr erkenntnisreich und eines der wichtigsten Kapitel überhaupt in diesem Buch. So, jetzt habe ich genug geredet. In diesem Sinne, eure Arbeit beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald. In diesem Sinne, eure Arbeit. So, jetzt bin ich einfach. In diesem Sinne, eure Arbeit war immer ein. In diesem Sinne, eure Arbeit war, wie ich euch noch. In diesem Sinne, eure Arbeit warieni. Hier war endlich. Hier war ich ab. Er war ab.